Ja, Ende dann. Subi. Und alle machen mit. Stopp, stopp, stopp. Ich habe was vergessen. Das passiert mir immer wieder dem Fridolin. Der Fridolin weiß ja gar nicht, wie man das tanzen soll. Das ist ja was komisches. Wer kann denn das tanzen? Michelle, komm mal her zu mir. Da bin ich aber froh. Jedes Mal geht mir das Herz, weil ich das gar nicht tanzen kann. Und ich bin dann immer froh, wenn ich jemanden habe, der das machen kann. Also, du tanzt jetzt mit mir und machst es vor. Und alle anderen können den super Enten tanzen. Alle Mamis, alle Papis, alle Omis, alle Tanten, alle Cousins, alle Cousinen und der Fridolin. Okay? Und nochmal, Herr Kabelmeister. Dankeschön. Los geht's. Besser. Super, krasse. Achtung. Mensch, was soll der Fridolin machen? Oh, super. Super, und meine Kids. Und alle! Der arme Fridolin, der arme Fridolin, und zum letzten Mal! Fridolin hat schon wieder falsch gemacht. Guckt auf die Michelle! Der arme Fridolin hat schon wieder falsch gemacht. Ich kann nicht mehr! Ein riesen Applaus für alle Kinder, für alle Kinder, die mitgemacht haben, für alle Kinder, die unsere Gäste waren. Und für unsere Gäste Applaus! Nochmal alle Dankeschön! Dankeschön für die liebe Technik! Dankeschön liebe Gäste! Das war unser Kinderkessel hier zum Bieschner Hafenfest! Wir machen jetzt die Hühle frei, denn es gibt gleich das nächste ganz, ganz tolle Programm! Tschüss!